Verlässliche Produkte, altbewährte Fertigungstechniken, aber auch ein Gespür für neue Entwicklungen. Auf der ganzen Welt wird die Kunst des Kochens stetig weiterentwickelt, die Vereinigung von Tradition und Moderne. Und gerade in diesem Umfeld findet die berühmte, in Frankreich hergestellte und weltweit anerkannte Kokott von Stob ihren Platz. Dies verdankt sie edelsten Materialien. Der emaillierte, gusseiserne Körper speichert die Wärme ideal. Darüber hinaus zeichnen sich die Bräter durch eine einfache Handhabung aus. Die Innenseite ist mit zwei Emailleschichten besonderer Zusammensetzung schwarzmatt emailliert und bestens zum Schmoren und Braten geeignet. Die Aromen der Speisen können sich optimal entfalten. Auf der Außenseite sind mindestens zwei Schichten farbiger Emaierung in vielen attraktiven Tönen aufgetragen. Das ist der Beweis dafür, dass Eleganz mit Leistungsfähigkeit vereinbar ist. Mit seiner glatt emaillierten Bodenfläche eignet sich der Bräter von Stoog für alle Herdarten, einschließlich Induktion. Erst beim Kochen enthüllen die Bräter ihr Geheimnis. Dank seinem flachen, mit Tropfen versehenen Deckel wird das Gargut gleichmäßig mit der sich bildenden Kondensflüssigkeit beträufelt. Ausführliche Tests haben gezeigt, dass der geschlossene Garkreislauf durch andauernde Befeuchtung neunmal effizienter ist und das Gargut besonders schmackhaft zubereitet werden kann. Beim Kochen ist Innovation nur dann sinnvoll, wenn sie das Produkt zum Positiven verändert. Beim Bräter von Stoog entfalten sich Geschmack und Aroma bestmöglich und der Nährwert der Speisen wird bewahrt. Fleisch bleibt zart, Gemüse fällt nicht zusammen. Köstlich und gesund kochen. Es ist kein Zufall, dass Stoog die bevorzugte Marke vieler der weltweit bekanntesten Küchenchefs ist. Stoog – der Geschmack des Besonderen. Stoog – der Geschmack des Besonderen. Stoog – der Geschmack des Besonderen. Untertitelung des ZDF, 2020